Herr Sieben, heißes Spiel haben Sie gerade eben gesagt. Sagen Sie mehr Worte dazu? Gut, es war schade. Im Endeffekt wäre das ein gerechtes Unentschieden gewesen, denke ich, vom Spielverlauf her. Meine Mannschaft ist halt noch recht jung, die musste einfach entscheidende Sachen abstellen. Gerade bei Standardsituationen in der 88. Minute kann halt kein gegnerischer Stürmer frei vorm Tor stehen. Das war letztendlich, heute hätten wir der Jugend Tribut zahlen müssen. Aber ansonsten war ich super zufrieden. Meine Mannschaft ist hier bärenstark aufgetreten. Das war superklasse, erste Halbzeit gespielt. Ja, mit einem Punkt hätten wir uns belohnen müssen. Selbst ein Sieg wäre lange Zeit drin gewesen. Die Elmerdinger waren recht unsicher. Das haben wir gewusst. Und gut, wir kommen jetzt auch nicht mit einer riesen Serie hierher. Aber wir haben sehr gut gespielt. Und ich bin guter Dinge, dass wir das in der nächsten Woche wieder hinbekommen, dass wir die Spiele gewinnen. Hat es eine Rolle gespielt, dass Sie diesen Klub, diese Mannschaft mal trainiert haben? Nein, für mich nicht. Nein. Für den Gegner denke ich auch nicht. Die Geschichte ist sechs Jahre her. Da sind wir durch. Also der, der noch ein Problem hat, der tut mir selber leid. Ihr nächster Gegner ist Mühlhausen. Haben Sie schon über diese Mannschaft nachgedacht, über diese Begegnung? Da werde ich jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken. Aber wie gesagt, wenn die Mannschaft so auftritt wie heute und wie das letzte Woche war, dann auch schon im ersten Spiel gegen Langer Alb oder in Engelsbrand, wo wir zwar verloren haben. Ich bin guter Dinge, dass wir die Spiele auch Gewinner werden. Also die Mannschaft ist gut. Ich bin überzeugt von der Mannschaft. Und das ist eine Frage der Zeit. Dann werden wir unsere Spiele auch statt verlieren. Bestimmt Gewinner. Hundertprozentig. Und wo sehen Sie sich dann oder setzen Sie sich tabellarische Ziele oder andere Ziele insgesamt? Momentan ist unser Ziel einfach, wenn wir ins Spiel gehen, eine gute erste Halbzeit zu spielen. Und in der zweiten Halbzeit ist das Ziel, eine gute zweite Halbzeit zu spielen. Und am Ende hoffen wir natürlich, dass wir genug Punkte haben, um irgendwie einen einstelligen Tabellplatz zu bekommen. Und das bin ich felsenfest überzeugt, dass wir das hier bekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.